Servus Assassin's Creed Freunde, in diesem Video geht es um die neue Quest Gefahr im Verzug. Kommt ihr an einer Stelle auch nicht weiter, nämlich an diesen Untersuchungen, dann seid ihr hier in diesem Video genau richtig. Ich zeige euch nämlich die Lösung. Ich bin jetzt hier ganz zum Schluss in diesem Haus, wo man diese Untersuchungen anstellen muss und man sieht oben links geht dieser Zeiger immer weiter nach oben, aber irgendwann hat man alle Symbole angeklickt, nichts leuchtet im Haus mehr gelb und die Anzeige ist immer noch nicht voll und ich möchte euch jetzt hier, wie gesagt, die Lösung zeigen. Ich bin jetzt hier den ersten Stock hochgelaufen und in der hinteren Ecke steht eine Vase und die muss man zerschlagen an diesem Bett und dann findet man eine Notiz und wenn man diese Notiz gelesen hat, dann ist die Quest abgeschlossen. Ist ein bisschen tricky, bei Exakt auch nichts oder so, dass man sie zerschlagen muss, aber wie gesagt, ihr seht, die Quest ist hier abgeschlossen, ihr bekommt eure Belohnung und ja, das war es hier soweit mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ansonsten, wer mehr sehen will, checkt meinen Kanal ab. Viel Spaß beim Zocken, ich bin weg. Ciao, haut rein! Bis zum nächsten Mal.